Herzlich Willkommen, Servus und Privet zu einem neuen Netzplay Video von D-Universum. Ich habe jetzt ein neues Spiel angefangen, weil es ein neues Update rausgekommen ist, vor eineinhalb Monaten sowas. Und ja, spielen wir mal, würde ich sagen. Ja. Ich bin ja gespannt, wie das ist jetzt. Ja. Ja. So. Jetzt geht's los. Wake up, Creator. This is the beginning of your story. It starts with nothing. Nothing but an infinite void. However, you, with a single touch, can awaken the light. And so the universe sprang into being. Worlds filled with endless potential were scattered into the beyond. They formed into many different shapes and sizes. And while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone. Others flourished. These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. Life. However, life is a popular thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space. Markus. 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 Und gefressen. A creator's purpose was always that of an observer to simply admire the fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet, this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve independently is that they always fail to do so. For life to have a better chance of succeeding, it needs a helping hand. Ah, here we are. Welcome to Mother Planet. This is a fair sight. For it came to be that there was day and night. Hmm. Warmth and cold. And water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals, which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. It is no wonder, then, why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. A new species has been born, and this is your purpose now. Their very existence rests in your hands. Alles klar. Dann beginnen wir. Ich habe nicht mehr gezockt. Aber man verlernt das schon nicht. Ich habe nicht mehr gezockt. Mit den meisten schweren Schader, Fine. Oder wer sich näher hilft. Das ist auch eine gute Idee. und das und das und das und das so dann machen wir die ach so was haben wir noch gemacht oder müssen wir das bauen dann machen wir schon länger her dass ich das gemacht dass ich gespielt habe dauert noch ein bisserl ja dann benennen wir uns um einmal wir benennen uns neue Linz weil ich ein gebürtiger Linzer bin da ich Linz gewand habe so ist gemacht perfekt ja dann geht's los wir werden ein bisschen schneller ein bisschen schneller und es wird höher das haben wir schon dann machen wir das das so dann würde ich sagen würde ich sagen solle mal Kinder zeugen mhm besser mal die Infrastruktur ein bisschen aufbauen würde ich jetzt sagen ja mhm 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 gut 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 dann gehen wir mal es machen wie die sagen ohne Kinder haben wir nämlich keine Chance mhm 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 sie 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 Was machen wir jetzt? Für schon. Ja. Gut. Schauen wir ob wir Wasser bekommen. Die Symbole haben es ein bisschen anders gemacht, kommt mir vor. Wie kommt mir das denn so vor? Waterpump. So rüberziehen. So. Genau. Und dann, was ist das Ding? Ein bisschen ein Wasserreservoir. Da wollen wir dieseORA stoßen. Da wollen wir die nächste Minute nehmen. Bust zu sehen. Yo! Name die Newborn Nuggets. Okay. Nuggets are all unique to one another. Although there are some things that are shared between nuggets, these include the need for certain essentials, like food, water, a stable roof over their heads, and an occasional nap. They want to learn, build, discover, and create. It would all be quite inspirational, if they also didn't happen to be the species that initially thought their shadows were trying to eat them. Echo. So, my best friend. It's done. Perfect. Oh, yeah. It takes already 4 minutes. Okay. Okay. Who is this? Woodlands resources in this. This is the next one. Okay. Ok, jetzt an der Erwachsener, wieso machen wir wieder Liebe? Ich hoffe, ihr habt ihr gearbeitet, Bude. Ihr könnt ihr nicht mehr Zeit, Bude? Spannende Musik So wird schon schon geholfen. ein paar andere Wasserspechle Untertitelung. BR 2018 This one is just being lazy. Perfect. Welcome to this. Thank you. Get your nose. Oh my hand, dude. What's my lad? Perfect. So. Goodies. So. 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 Machen wir mal Nahrung. Mal schauen kurz. Coz. Mal schauen. Gut. Mal zu wenig Leid. Setzt mal schauen. Logka. Was ist denn, wo ist das, was er da draufkommt? Ah, AirPod gibt's da. Leerhaus, ähm... ...Storage-Ergänz. Die Schimm ist das nächste. Ich weiß nicht, was es noch ist. Ich weiß nicht, was es noch ist. Das ist schon ein Kutonon-Luzal. Ja. Pöst. Perfekt. Wir müssen noch mehr Einwohner erzeugen Schau wo da noch mehr ist Ah, die Dank haben gehofft Da weiß nix Da weiß nix Wir machen ein zweites Wasser Zweites Reservoir Das sind schon sechs Leute, perfekt Wieder immer mehr Gehen voran Heel, Heel, Heel Das ist der Typ 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 Der Typ Das ist der Typ Eww. While frozen legs are fun to skate on, Creator, they also prevent water pumps from working. Perfect. Perfect. Yeah. There are no workers. There are no workers. It's later when we are at least 10-20 feet. But now the winter and the beautiful winter landscape. Oh, it's wonderful. Mmm. It's probably a restaurant. Let's go to a restaurant. Winter. I would call it a winter wonderland, but we both know it's quite far from it. A nice winter landscape. That's all. It's quite sweet. dann brauchen wir ein Krankenhaus, das brauchen wir auch noch wo es noch der Reihe ist, wo es so eine Fischerei nicht Fischlerei, wo meine Tante manchmal ist ja ein 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 Es kommt ein bisschen weiter, bevor Nuggets developen ihren Sealegs. Fortunately, ein Seasick Nugget will attract mehr fish. Fisch! Kann ich nur mit Fisch her sein. Ja. All your buildings are falling down, my fair creator. I can't say I'm a fan of nugget delicacies, but it should keep everyone relatively alive and happy. They do seem to brew some interesting beverages, though. Apologies. You are aware that Nuggets are designed to do work for you, right? So why aren't you assigning them to buildings? So, then we'll say... Ehh... Engineer... Engineer, that means... In Veris, not... Amsterdam, when it comes to mind. Exactly, Engineer, exactly. Mmh... Perfekt. Mmh... Schöne Winterlandschaft, ich liebe die Kälte, Schnee und Winter und so. Genau so ist es, ja, so und nicht anders. Die sind alle krank, ich würde sagen, ich heiße mal. Dann sterben sie. So. Ich mache wieder Liebe. So. 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 wenn wir mal essen, dann kommt die Fischerei und was ist genug da? müssen wir landen jetzt erst mal machen noch ein paar Fischerei fisch, wir wollen ja auch mal schauen Okay, ich muss schauen in das Ingenieurbüro, das ist das, oder? Was ist das, was ich da oft tun scheinend? das ist gefährlich das wird schon gemacht, perfekt eines ist gestorben ja, aber noch C-C-I-N-C C-I-N-C-I-N-Hunger, aber sie muss noch Things are beginning to agree and happy again Let's take a moment to appreciate it, before you do something wrong hmmm Yes, it is a moment to go to the room Die haben uns jetzt oder noch genug, so weiter jetzt. Das ist quasi dann wie einst in Nordkorea, aber das soll auch nicht sein, was anderen Homo sterben hier. Dann machen wir ein Fischer, Verritteid. Wir können die Froschmur an der Kulture. Perfekt Dann schauen wir mal die Song Oh, was geht das? Politik Da, da wird es gehen, na Oh ja, so eine Fünfleiter Hmm, I can see how that research could be useful, Creator. I'm picturing nuclear Waffleirons, or maybe some kind of automated backscratcher. Stop me if I'm wrong. Vier Leuten haben ja alle gestorben und Hunger im Channels Hmm Schlecht Heckel Heckel Hmm Heckel Heckel Von Also Leider drei Nuggets holen Ja Ich habe viel Nuggets. Doch einen Hunger. Leider keine Nuggets verloren, aber egal. Ich habe keinen Sinn mehr. Ich habe gesagt, wir würden einen Ketchup-Peak versuchen. So. Ich weiß, wann das so um mehr geht. Ein weniger. Und noch. Und noch. das ist wir können das und wir können es wir 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 in wir Pfff! Pfff! Ja, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, Das Trankmaß muss auch bald fertig werden. Oh, das ist ein Eisgewitter. Wirbelsturm, das war jetzt nicht gut, wenn der zu mir kam. Oh, ein Ufo! Das ist ein Ufo! Habt ihr das gerade gesehen Leute? Das war ein Ufo. Die habe ich in der Untertasse gemacht. Ein Raumschiff. Das ist alles normal. Ein Doktor, der auch Immun ist. Aber sonst keine Arbeiter mehr, das kommt mir gerade. Hm. Jetzt weiter da perfekt. Wozu denn das Ort ist denn der Hack? Hm. Hm. Passt. Perfekt. Oh! Was willst du da? Hm. Schau zu. Ich glaube an Ost-Irdische. Weil warum so mal die einzigen Seite, die es gibt im Universum. Vielleicht haben wir die Ost-Irdischen eventuelle Pyramiden erbaut und so. Und uns vielleicht auch erschaffen. Denn wir haben ja viele Ähnlichkeiten mit Tieren. Also mit Affen, mit Schweinen, mit Fischen und so. Was? Könnte es sein, dass die uns... quasi vermischt haben. Von Tieren und so. Und uns erschaffen haben. Hm. Genau. Ja. Hm. Hoffentlich greift das UFO nicht an. Das Raumschiff. Sehr blöd. Hm. Hm. Jetzt kreist du so rum bei der Stadt. Auch auch schon ein bisschen langst. Hm. Ich bin nicht gespannt, was ich in späteren Spiel ausschießen kann und so. Was dann kommt. Das würde mich auch interessieren. Wäre ich sicher auch. Aber dazu in den nächsten Videos mehr davon. Hm. Ich würde sagen, brauchen wir nur... Ich glaube, die Fliegenuntertasse ist gerade in den Hyperraum antrieb. Also in den Hyperraum gegangen, ja. 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 Genau so ist es. Ja, hier. Und das ist das hier. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein kleines. Ich glaube, das ist das machen. Ja. Es ist richtig. zum Beispiel ja und dann auch noch sonst geht es eh jetzt sagen wir brauchen Landwirtschaft mhm ja Dienbach ja Friedhof in der Landwirtschaft ich kann meine haben meine Landwirtschaft Your civilisation ist a constant source of entertainment So. 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 jetzt sagen sie erst mal warum die Priorität ist die zweite Fischerei kommt und dann noch zwei so eine Farm das ist ein Bahnhof machen wir noch jo dann sagen wir einfach mit dem Let's Play dann machen wir da anders mal weiter jawohl das ist nicht man ja ja die 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 Strukturieren, wo? Oho. Warte. Okay. Weiter geht's. Ja, das ist gut. Retriert schon perfekt. Wird schon alles langsam. Mhm. Jo. Verlässt du auch noch vor der? Nein, jetzt ist es da wieder. Cool ist in blau. Lieblingsfarbe. Mhm. Ja. Alles klar. Jetzt holen wir da anscheinend keine mehr, das ist gut. Jo. Mhm. Ja. 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 Oh Gott, wird's winterlich, aber das fertig wäre super. Da ist ein Gebäude, das sieht aus, wie es eine Firma nutzen könnte. Schöne Winterlärmschaft, ja. So, dann mal wieder bitte schnachseln, würde ich sagen, und dann wird es los. Wie Winter lässt sich so besser schnachseln, oder? Im Sommer? Ich weiß es nicht. Love is in here. So. Hm. Wenn man eine 2-stellige 1-monat-Zahl hat, dann ja, ich hoffe, mit dem Netzplay geht's. Und jetzt nächstes Mal wieder weiter. Hm. Ja wohl. Genau so ist es. So und nicht anders. Hm. Schön. 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 gut ist dann wieder schnachseln aber die 2 Stege zahlen, perfekt eine schöne Winterlandschaft ja so 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 schauen wir mal was noch weiter piept nix ja Bahnhof Mobild ja Wetterstation mach mal die Wetterstation wo ist die Frage auf wo ist die Frage auf gut ist schon fertig anscheinend auf man der eben rum ist ja gut ist so passt hm fahren wir da gucken noch perfekt hm ja der ist immer 2 stellig 3 1 2 mm hm ja und ja die und 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 Was ist es, was du genau hattest, dass du siehst? das ist einfach wir sind zweistellig ich würde sagen wir beenden mit dem display measure eine Stunde jetzt gemacht warte noch ein bisschen fertig gebaut und dann machen wir es und ja genau mhm so ist es schauen wir ob ich liebe machen kann w 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